Hallo. Ja, ich werde jetzt direkt fahren gehen. Äh, so. Schade, dass das nicht mehr geht, aber gut, dann ist das so. Und Kobalt. Gut, hi Kobalt. Natur ist noch mehr Kobalt. Ich bin ziemlich ein Fan von dem Accessoire, was diese Teile hier produziert. Was extra Schaden ist. Und der hat so einen Debuff, der ganz gut ist. Okay. Ich halte jetzt erstmal hier den Rand ab. Auch wenn rechts gesagt wird, hier ist übrigens Urikalko in der Nähe. Wieder mal hin. Aber wir werden erstmal den Rand abchecken. Okay. Dauer. Da muss ich zurück Kalko kommen. Das kann ich glaube ich noch nicht abbauen, ne? Ne. Medusa. Uff. Toll. Das fand ich durchdacht. Okay. Hi. Was war das? Hm. Okay. Ich gehe nochmal hoch und suche nach Kobalt. Ui. Kalko kann ich ja noch gar nicht abbauen. Okay. Hier nicht. Dann vielleicht in diese Richtung. Hallo, hallo, hallo. Ist hier irgendwo Kobalt? Bist du Kobalt? Nein. Okay. Irgendwo hier. Ich denke mal irgendwo hier sogar. Da. Okay. Hi. Ah ne, jetzt muss ich mich wieder informieren, was die stärkste Dingens ist. Hier, Rüstung und sowas. Hm. Gut. Hallo. Warum war ich denn hier nicht? Bin ich confused. Gut. Nur die Sachen mit, die ich auch wirklich brauche. Wie zum Beispiel. Das nehme ich mit. Ich kürze es sogar. Drüben war auch noch was, ne? Gut. Cool. Danke. Hm. Ja. Hi, du. So. Echt cool. Hm. So. Geh mal hier lang. Auf der Suche nach Kobalt. Da oben ist Urikalkon. Oh hey. Sehr gut. Hast du was für mich zu verkaufen? Na, das hier ist von der Maut. Aber die Sachen benutze ich nicht, weil die OP sind. Das hier. Das sehe ich dann nachher oben. Gut. Kobalt in der Nähe. Wo denn? Okay, wo ist hier Kobalt? Da unten. Noch was in der Nähe. Okay, nee. Muss ich mich da irgendwie durchbauen. Hi. Erstmal du. Oh. Seele der Nacht. Yay. Gut. Er hat das aber geklärt. Hi. Oh Gott. Hier unten ist das aber schon Titanium. Aua. Gut. Hey. Sehr gut. In der Nacht. Huhu. Wieso fahr ich denn überall hier noch nicht? Das ist echt komisch. Hm. Gut. Hi. Okay. Ah, ja. Okay. Hm. Aua. Ich geh hoch. Vielleicht hab ich ja sogar schon genug Kobalt. Ähm. Wieviel Kobalt hab ich denn? Hallo. Da. Das müsste genug sein. Nein. Na gut. Hi. Hast du irgendwie... Nices Item für mich? Mr. Guide. Was kann ich daraus machen, was für mich als Heiler wohl praktisch sein könnte? Mhm. Mhm. Gar nichts. Nice. Super. Ich freu mich. Danke dafür. So. Okay. Cool. Super. Was war das grad, dass der craften konnte? Achso. Ja. Cool. Super. Danke. Ja. Für nichts. Fuck. Mhm. Super. Ui. Dann farm ich jetzt Urikalkum. Juhu. Ah, drüben ist ja mein Kobalt. Ich nimm's jetzt einfach mal mit, auch wenn's mir überhaupt nichts bringt. Dass ich ja auch keine Resson draus machen kann. Das wär blöd. So, da drüben ist Urikalkum. Shit, ich hab gar keinen... Äh, nicht mehr diesen Effekt von nem Trank. Das ist doof. Ähm... Irgendwie oben war doch noch mehr Urikalkum, oder? Hallo? Ich suche Urikalkum. Verder doofe Name. Aua. Aber... Irgendwo hier ist Urikalkum. Noise. Da oben. So, echt viel. Gut so. Danke. Ich weiß noch nicht, wie viel ich brauche, aber... Joa. Ist dann so, ne? Hm... Das ist eigentlich der nächste Boss, den ich machen muss. Okay, das ist kein wirklicher Boss. Achja, das ist relativ einfach zu kraften. Aber der Boss selbst ist nicht einfach, also... Wir brauchen auf jeden Fall neue Waffen. Wobei es schon mal echt gut ist, dass der eine Typ Sachen verkauft hat. Aua. Die Urikalkum habe ich denn? Reicht das vielleicht sogar schon? Nein, ich denke nicht, aber trotzdem. Das könnte reichen. Geil. Gut. Sagt mir, reicht das? Okay, irgendwas für den Heiler. Nein. Ach stimmt, ich brauche auch jetzt ein Ambass. Ätzend. Dann reißt es natürlich nicht mehr. Toll. Du kannst weg, ich brauche nicht mehr. Aber... Ach, blöd. Okay. Dann gehe ich wieder Urikalkum suchen. Okay. HiFlightman. Stop. Einmal noch kurz hoch. Außerdem will ich noch was anderes wissen. Du, Mr. Kann ich daraus was für mich machen? Bart. Ah. Mhm. Aha. Das ist natürlich echt einfach zu machen. Okay. Gut. Dann werde ich da hingehen. War das hier? Ne, da unten war das. Ich habe vergessen nach dem Trank zu gucken. Ähm. Aber es geht ja relativ schnell. Hallo? Habe ich einen? Ja. Gut. So, ich glaube hier war das, ne? Ja. Okay. Okay. Übrigens, bevor du noch irgendwie stirbst oder so. Äh. Ach fuck. Hätte ich gerne ein paar von denen. Ähm. Bitte. Fuck. Was soll ich verkaufen? Das bringt ja gar nichts. Wie viel sind die Sterne wert? Ah. Blöd. Ah komm. Das ist Kobalt. Und. Und das Kobalt auch. So. Das reicht wohl. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Aber jetzt habe ich noch ein paar mehr mitgenommen. Falls er mehr weg stirbt. So. Ist hier auch noch Oricalkum. Drin ist Titanium. Und. Thorium. Da unten ist Kobalt. Light Crystal. Hm. Hi. Du. Hi. 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 Aua. What the fuck. Ist hier noch einer. Genau. Hi. Gut. Aua. 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 Danke. Ah. Ah. Ach. 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 Ah. Gute. Ah. Gute. Häh. Ah. Aua. Arbeit. Gutes. So, ich hätte gern Seelen der Nacht, bitte. Hm, salzsam. Bin ich nicht tief genug? Ja, eigentlich ja schon, weil hier ist ja schon Lava, also von daher. Was hab ich da gerade bekommen? Aha. Auch keine Seelen der Nacht. Kobalt. Da ist die Seelen der Nacht. Gut. Ich habe ja jetzt nicht viel ich brauche, aber das ist das Problem. War das vier? Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Bitte ja. Aua. Aua. Eine Mumie? Okay. Ich habe nicht was diese Pilze bringen. Hm. Egal. Ich geh mal. Ne. Ich brauche nochmal vier. Ich hab mir gar keine gegeben. Super. Nice. Die besten. Danke dafür. Okay. Hm. Hi. Gut. Eine noch. Da. Tschüss. Hi du. Was brauche ich nochmal für... mal direkt gucken was ich mir für Bücher machen kann. Nein. Ja. Breit mir nichts. Aha. Ach das ist. Okay. Hm. Ich brauche ja gar keine Seelen der Nacht. Okay. Aha. Ist auch nicht schlecht. Das könnte ich nicht auch schon machen. Gut. Dann erstmal das eine. Ich habe doch noch welche von diesen Blutdingern ne. Ja. Okay. Und zum Wasser. Fünf waren das glaube ich ne. Mh. Ich hab gedacht das ist so gut. Ah ist mehr. Hm. Gut. Okay. Hm. Hm. Mister, ich hätte gerne. Hm. 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 Ich fand hier eigentlich das ist echt so. Okay, bringt mir so gar nichts zu fahren. Nice, cool. Großer Fan. Am wenigstens bist du viel wert. Gut. Okay. Die verkaufe ich lieber, statt dich aber wegzuwerfen. So. Dann brauche ich jetzt Titanium und ich schaue mal nach... Aber ne, ist noch eigentlich jetzt. Ich hole jetzt erst noch Titanium und dann gucke ich nach dem Pixidust. Ich weiß ja, wo Titanium liegt. Ah, verdammt. Hilfe. Ist das hier? Ja, da unten. So. Also hab ich mir ein Buch zu viel gekauft, aber das ist ja nicht schlimm. So, das Titanium war glaube ich hier, ne? Ja. Und ich will die da hoch, weil ich was vergessen habe. Super. Und zwar den Trank. Den würde ich gerne mitnehmen und benutzen. Torium. Torium. Kobalt. Drüben ist doch kein Kobalt, oder? 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 Hm. Titanium. Da unten. Hi. Okay. 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 Rekalkum. Find ich aber nicht. Cola. Rekalkum. Thorium. Rekalkum. Power. Light Crystal. Da müssen wir wieder eine Tour, die ich einfach ignoriert habe. Nice. Guter Typ. Nymphen wieder mal. Kobalt. Titanium. Irgendwo hier. Da oben. Glaube ich. Hm. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das Wort alles farben muss. Das ist für diese Routine. Okay. Der Helm. Bist du... Ah, jetzt sollte man die Baffe hier auswählen. Gegen... das hier. Bist du irgendwie... Okay. Hm. Okay. Okay. Ich verstehe nicht ganz, warum die Waffe... so viel Manna verbraucht. Wie schade macht das denn? 9,30. Hm. Okay. Okay. Was geht? 39? Ja. Wow. Das ist sehr verbrinnt, aber okay. Gut. Ich verstehe nicht, aber... ist das so. Hm. Das geht eigentlich wohl klar. Scheiße. Ich glaube, es hilft schon mehrere Male. Ja. Und dafür schieß es ja auch relativ schnell und... Ja. Gut. Dann bin ich zufrieden. Magma. Ja, toll. Ich brauche eigentlich Titanium. Ich frage, jetzt brauche ich es wirklich? Man weiß es nicht. Vielleicht. Hm. Neurikalkon. Das war nicht durchdacht. Oh. Eine Mimik. Wow. Der Dual Hook. Ja, komm. Ich glaube, das ist besser als das hier. Ach. Das ist eigentlich doch schon stark. Und praktisch. Titanium. Da drüben. Ah, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt von der Musik, aber ich verstehe. Gut. Gut. Hier bekomme ich meine Seelen des Lichts her. Ich auch brauche. Oh, ok. Oh Gott. Oh Gott. Schrocken von dem Ding. Ist das so seltsam aus? Gut. Brauchen wir mehr Seelen des Lichts. Danke. Und Titanium. Und hier bestimmt doch auch für irgendwas. Ja, das ist okay. Bestimmt. Ich glaube echt, dass der Ort hier den besten Theme hat. Er ist einfach so cool. Titanium habe ich denn nicht genug. Oh, Blutmund. Ich geh mal hoch. So. Hi. Kann ich jetzt irgendwas machen, was mir nicht irgendwie... ...was mir irgendwie hilft? Nee. Okay. Au. Hier. Aura. Das ist cool. Das kenn ich sogar schon. Aua. Okay. Midnightstuff. Aha. Drüben ist der Clown. Ja. Ja. Das ist auch einer der Mini-Boss-Dinger, die... ...nie angezeigt werden. In der Liste. So. Was mache ich mit... ...mhm. Was mache ich mit, äh... Seelen? ...mhm. So. Hm. Okay. Ähm. So. Da. Heilt jemanden? ...mhm. Mhm. Okay. Schlüssel. Mhm. Und dann was zum Werfen. Okay. Was mache ich mit, äh, dir? Aha, was zum Werfen. Hm. Hm. Ah, hier. Dich will ich haben. Und dich kann ich auch schon machen. Okay. Und dich. Okay. Das hier lohnt sich auch extrem. Eine neue Rüstung? Für mich vielleicht, bitte? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Was war das? Blut. Fünf. Fünf. Äh, sonst brauche ich noch ein Buch. Verdammt. Okay. Buch habe ich. Gut. Blut habe ich auch. Gut. Dann hat sich alles erledigt. Mh. Aua. Da unten ist es. So. Dann kann das hier nämlich weg. Richtig. Very fast. Du hast hier sogar gedruckt halt, ne? Ja. Gott sei Dank. Sogar recht stark eigentlich. Hm. Okay. Okay. Cool. Super. Das war's dann aber auch. Das war's. Also war's. Vielen Dank.